was anders sein kann also sind es eigentlich 180 aber die 180 sind zumindest besser als die 333 also was ewig viel wie immer oder das glück wir machen jetzt mal die eignungs demonstration topaz und conti na ja süß ist es natürlich auch ne schön schnucklos ich stärke ich stärke ich stärke ich stärke ich stärke ich stärke ich kann nur andere stärke ja jetzt werde ich auch nur überfallen Feuer schaden ich habe es ja vorhin schon durch gewesen das ist topaz die kann einzelangriff und ein einziges die hat jetzt hier was 2 ein Verlust zum gewinnen der Handel er nun die schadensmultiplikator hier die kümmern und abfahrten wo und ich würde dann segne uns mal dann kommt ein Ding da dann geht es das 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 die die ihr war hier schief nicht egal Oh, das ist so gut. ich werde gemacht beim nächsten also was auch nicht schlecht Da stinkt jetzt wahrscheinlich die Seele in der Probe gegen Rampo, oder? Was ist das? 2 2 3 3 6 10 9 10 1 in der Wow, das war nicht schlecht. Wiederherstellung? Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Die Taune, nix. Die ist... Ich hab die halt auch unterschipst auch noch, die ich sehen. Dann knall ich das ganze Gehirn mal rein. Angriff und Schadenserhöhung. Machen wir doch erstmal den. 120,000. Ja, und Schützi-Tang ist ganz gut die Blase. Ja, und Medizin. Du bist schlecht. Okay, was hast du gemacht? Aber die ist auch so konfiguriert, dass er schnell kaputt geht. All the best! All the best! Hm. Wird hier einer mit umgeklippt? Ganz spannend. Gar nicht. Gar nicht mehr schlecht. Ey, du hast doch mal einen umgebracht. Kommt schon gut, die Sehne. Und die Tupas auch. Komm, wir holen sie uns alle. Tja. Gummiaffen, die Nichtigkeit. Brrennen. Was ist Y? Ababoom! Grooosobaraboom! Grooosobaraboom! Ah, ja. Ausdehnung? Bitte schön! Boom! Und die Milch ist soweit. Ja, ist eine klassische Show. Vielleicht ein anderer. Boing Boing Boing! Hm. Schöne Animation. Die lass ich auch immer, wenn das Neues eintragen. Nehmen wir mal eine Abhandlung, dann geht der andere auch mit drauf, oder? Steht ja noch! Was? Komm. Weg. Ist noch der Feuerstrahl. So, Damage Over Time. D.O.T. D.O.T. aufh! Lauder. König. D.O.T. ich denke auch mal ganz interessant auch langsam zu spielen und die animation so noch mal zu gelesen und er hat zwei eingefroren war aber ich nicht schlecht jetzt gerade der dot hat den fertig gemacht luca den habe ich letztens gekriegt und eigentlich noch gar nicht probiert doch ja ja der hat seine metall hand schlicht damit zu da musst du ja gut timen sonst haut die fisse doch ein u-buff aufs konto so 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 Naht nicht so toll, also der Luca bringt es irgendwie nicht. Die sind es natürlich auch nicht. Wo steht das denn, wie heißen die? Die können die jetzt nicht erkennen. Warum schreiben sie nicht irgendwo den Namen hin? Bin ich blind? Keine Ahnung. Jetzt mal Ls drücken. Da. Shushang ist das. Ok, dann machen wir den erweiterten Einzelandrad. Jo, macht schon ganz gut einen Schaden. Ja, das ist wirklich cool. Das ist ein Schaden. Ich bin da. Ich bin da, oder ich bin da. Es ist Zeit für einen Schaden. Das war's nicht so cool. Der ist irgendwie besser als der andere. Ich glaube ich bin X mehr als Y. Das ist ja sehr interessant. Wenn du das langsam machst, dann verstehst du auch eher was sie sagen. Süß. Cute. So, und dann haben wir hier nochmal... Wo steht's? Da steht das nicht drunter, wo das ist. Äh... Hm, ich weiß nicht. Imeko. Nee. Shushang. Sprecherbruch. Und kann nach dem Ansatz des Ultimate sofort eine Aktion ausfüllen. Sprecher. 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 Das ist weg. Aber so, jetzt sind die Stahl. Die läuft ja noch mit dem Baseballschläger rum. Na ja, kann sofort nach dem Ultimate eine Aktion auswählen. Ist der kleine? Enttäuschend. Ich glaube, der reicht schon, oder? Der ist bei ihr, oder? Der ist bei ihr, oder? Der ist bei ihr, oder? Also, Topaz taucht auch. Ethereum Krieg habe ich ja schon fertig. Und bin der Champion. Da winkt noch die windlose Ebene. Tja... Ist das Reisemok noch? Ja, den mache ich gleich. Ein Folge. Ein Hauptungsschlag. Oh! Ja, das habe ich geschafft. Vorher scheinbar noch nicht. Ja, dann woppen wir mal, oder? Wir wollen die Sehne. Woppen mal 10. Y. Kost... Wie viel? 1600! Wow! Wow! Oh, Jesus! Buh! 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 Da waren wahrscheinlich die 10 vollen. Was ist das? Naja. Wenigstens Vierer. Buh! Buh! Blödsinn! Stoß! Billig! Schund! Schrott! Was? Nix! Quon! Die will ich doch gar nicht. Nur hier. Ich gehe auch noch in das falsche Ding rein. Ich will die Seele. Ich habe immer kurz eben so 1600 weggeschmissen für... Ah. Du musst schon gucken wo du drückst. Da. Weg. Schrott. 12. Haben wir schon. Ja. Ah. Kack. Dreck. Pies. Ich habe gar nicht so viele. Stellare. Seele. Ich will die Seele. Möchtest du? Eigentlich nicht. Aber ich muss wohl. Ich bin nicht alle. Ich bin nicht alle. Ich bin alle. Ich bin alle. Ich will die haben. Du brauchst doch noch einiges aufzubauen. Ja, dann kann ich wieder mein... Hab ich wieder alles aufzubauen. Jetzt komm, jetzt gib mir die Seele. Stell die nicht so an! Seele, Seele, bäh, bäh. Nochmal ein Gummi-Affe. Seele, Seele, Seele. Hat letztens auch geholfen. Seele, Seele. Nicht Kegelschwertkampf. Nein, gab es zumindest zwei Vierer in einem Dings. Diese Lichtkegel. Ich glaube, richtig? Schon. Ich will die Seele! Komm her. Ich kann noch zweimal, zehnmal woppen. Hau rein. Seele, Seele, Seele. Komm, komm, Seele, komm! Jetzt komm, endlich! Jesus! Nee! Schiebung! Langweilig! Will ich nicht! Brauch ich nicht! Gib mir die Seele! Nach mal Luca. Und das war's bei mir auch schon, oder? Jetzt muss es dabei sein. Ich hab die Seele! Die Seele! Ja, dann kann ich eigentlich aufhalten. Kann ich abbrechen? Nee, du kriegst zehn Sachen jetzt. Aber du kannst es ja nicht alles einzeln machen. Okay, was krieg ich noch? Langweilig. 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 Auch nochmal ein Lichtkegel-Schwertkampf. Okay. Hab ich zwei davon. Juhu! Ja, aber... Habt ihr gesehen, was das kostet? Hab ich 10.000 ausgegeben. Ich hatte ja irgendwie 11.700 oder sowas. Jetzt hab ich noch 8... Ja, ich hab 11.000 oder sowas ausgegeben. Hab ich die Seele zu kriegen. Aber ich hab sie gekriegt. Vielleicht war das der... Ähm... Der 90er. Dass der voll ist. Und hatte da... Glück, dass es die 50% trifft für die Seele. Kann ja auch sein, dass das andere 5er. Okay. Die Seele hab ich. Jetzt... Brauchen wir noch die Typas. Ja, dann sieh mal zu, ne? Kannst ja mal wieder... Wenn du 1600 hast, melde dich mal wieder. Achso, hier. 40 mal Warp. Kann ich abholen. Die Woche-Mission, 3 mal Schatten, Saison-Mission, Meisterschätze. Hab ich schon alles. 30.000 Prüfungspunkte in endlose Ebene. Ne, Sonne ab. Das... Ich will mal kurz gucken, auf was sich das jetzt ausgibt. Ne, das hier sind immer noch 260 und eher wenig. Und hier hab ich jetzt 4, ne? Ich hab jetzt 1375. Da gibt's immer ein bisschen was. Und dann sag ich, ja, dann kaufe ich die im Angebot auch noch. Weil sonst gibt's da eigentlich auch nicht so viel Interessantes. Das hier ist ein Muss und das ist so halbwegs interessant und der Rest. Den kann man auch finden. Oder kämpfen. Jo. Ja, dann warten wir die jetzt auch noch weg hier. Und ich mein, ich kann jetzt nicht noch so viel Glück haben, den Jepard zu kriegen. Aber, höll. ist gesehen ist zur seite getreten und bei dem fünfer da hat sie weggeflattert das kann aber sein dass ich ein 10er gemacht habe das kann auch daran liegen dass ich den 10er genommen habe 10 lose und ich nur ein